ich will mein Pferd wieder dein Aufgeberpferd das Pferd hat immer zu mir gehalten in guten wie in schlechten Zeiten so ich probier's jetzt noch einmal ich krieg diesen scheiß Fähre nicht hin du musst probieren einmal durchzuspringen es geht viel einfacher ja aber bei Korven den Doppelsprung zu machen das krieg ich nicht und dieser Sprung er ist machbar aber er ist scheiße schwer den hab ich schon zweimal von zweien geschafft ich hab den einmal von zweien ne von dreien geschafft ja jetzt kommt der Florian jetzt ist es wieder ausgeglichen ich hab dich einmal versucht drunter zu schlagen und du hast mich einmal runtergeschlagen ach klar warst du nervös? ich hab den Sprung einfach nicht geschafft denn in der Ecke bin ich ja sicher aber es bringt es einfach nicht du musst einfach wirklich chillen anders geht's nicht sonst setzt du dich viel zu sehr unter Druck und dann schaffst du gar nichts mehr also so politisch ich habe recht so ich bin ich jetzt noch umsonst ich Leute Bagger im Block der Leute stehst du um nichts ich habe keine Ahnung was es war ich habe keine Ahnung was es war ich bin es alles richtig er gleich wieder zurückkommt es ist ein assi es schafft den sprung noch eh nicht also wir sind es ist ein scheiß ex-sprung schaffe ich eh nicht lasse ich mich wenigstens probieren aber jetzt kommt Wobbelgurt jetzt kommt Wobbelgurt nein überhaupt nicht du kannst doch nicht wobbeln wie willst du dran da dran springen ich habe keine Ahnung ich habe solche Sprünge noch nie wirklich gemacht die sind auch nicht einfach ich schaffe die eh nicht das ist eine der schwersten aber ich habe dich schon schon das muss man wie auch das weil du wusstest dass ich den Sprung hier nicht schaffe ne wusste ich nicht weil ich hab den keine Ahnung drei von fünfmal ja ich hab das aber nicht raus wie ich das mache bei den anderen habe ich es langsam ein bisschen raus wie ich das springen muss aber hier noch nicht weil solche Sprünge kamen bisher noch nicht in die Seite ne schon aber die konntest du da zumindest noch anders lösen da war ich immer so beeindruckt vorhanden vorhanden nirgendwo oder Prozent sagen mal wie lang wir schon aufnehmen 43 Minuten wir nehmen bis 50 auf zweck oder was ich muss was machen noch was wichtig ist Leute nach dran ich glaube es ist auch ein paar Folgen dauern wird oh ja das ist immer noch die erste Challenge ne Zweite Zweite Alter ich bin doch boah vielleicht wird dieser Goldapfel Glück bringen ich fühle es schon ich fühle es ja bei dem 3er Sprung er wird mir Glück geben ich hab's es ist einfach warte es liegt einfach daran dass ich viel zu viel Gewicht trage an meinen Füßen so so er wird er wird er wird er wird es ist einfach wo er wird er wird es ist einfach es ist einfach er wird Egal, ich nehm den jetzt auch. Ha, dann fail ich, genau. Hey lol, mach mal diesen Sprung. Der ist echt nicht leicht. Dann nur noch der letzte Kack-Sprung. Oh Gott, die nächste Challenge wird dir so gefallen! Ich bin schon beim weiterspringen, weil die echt schwer ist. Ja, ich bin am Wollblock abbauen die ganze Zeit schon. Ach du Scheiße! Nee! Oh no! Ich weiß, was du meinst mit dir. Die würden mir gefallen. Solche Sprünger sind nämlich meine absoluten Hass-Sprünger. Der jetzt gleich wird lustig. Wie dachte jetzt der? Fuck! Der bin ich so schwer. Ich schaffe ihn einfach nicht. Ich schaffe ihn einfach nicht. Komm mal, jetzt ist es fällig am ersten Sprung. Ich schaffe ihn einfach nicht. Wenn du mich in Ruhe lässt, lass dich, ich auch in Ruhe. ... Can't believe it! Sorry. der Zeit die Ergie hochgehoben deswegen mag ich das zu reden ein da helfen Verschwung ist es also sehr achte auf die Zeit Geld sie macht das ist mehr locker jesi das ja was denn nun ey ist unfair ja mach ich das wie muss ich das machen woher hast du das so gut ich wette aus dann höre ich das natürlich nicht mann das ist doch scheiße woher hast du ich hab wettergeräusche aus der ich schaff diesen sprung nicht weißt du wie wir hier legal die sprünge wo springen dürfen indem wir die eisendlöcke mit der hand abbauen nein ich spring immer gegen diese ecke weil ich ja mir auch auch weißt du mir auch anhand davor sind eigentlich recht easy locker easy der sprung davor der Arschersprung ich habe ihn geschafft mal oh no da kommen noch richtige asoziale alter sind ne den werde ich nicht schaffen nein aber ich glaube wir sind bei 49 minuten also gleich fertig hast du ja ich ne leiter benutzt nein hast du aber einen hingesetzt na gut vielen dank fürs zuschauen sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt minecraft adventure map zusammen mit der hat der dружbruß ist ganz der Vielen Dank.